So, du musst ja nicht teilnehmen. Nein! Stopp. Ja, warte, warte. Warte noch ein Stück. Jetzt. Das sind neue Sachen mit dabei. Ja, das haben wir noch. Einziehsachen. Warte, erstmal umziehen. Was noch nicht gemacht haben. Das haben wir bestimmt übersehen. Jetzt sieht man das eigentlich was Neues. Das leuchtet. Schlechte Zähne. Ja. Der Cannonball Helm. Ne, den haben wir schon. Den hast du bloß noch nicht gesehen. Oh, eine Cartoon Hose. Die nehm ich jetzt. Wenn wir rechnen, ich hoffe einige. Da hat man auch dieses Cartoon. Gleich. Und das Oberteil auch. Das siehst dann nämlich so aus. Ich bleib so. Ich bleib so. Ich find mich toll. Ich bleib so. Ich bleib so. Das gesamte Spiel. Bis jetzt gefällt mir der Typ. 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 Der Typ ja kein Essentially. arios. ich habe Boah! Boah! Ich häng! Komm! Alter, wie schnell ist denn das Ding? Nein! Laufschlampe Lauf! Oh Gott, ich will das nicht noch mal machen. Oh Gott! Nein! Wir haben nur unendlich Leben! Lauf! Alter, wie schnell das Ding reinkommt! Na, das bremst da von dort ab! Hm, wo ist das weiter weg? Guck mal! Wir sind noch ganz gut dabei! Lauf! Und wir haben das Ding nicht angeheilt eigentlich! Da war noch nichts zum stoppen! Wir sind einfach Verschwulen an! Erstmal versteckt sich! Jo! 41! Hallo! Ich bin der Seger! 88 Objekte! Das ist schon genau! Garne! Ich bin ein Wollermann! Du musst die schlechten Zähne nehmen! Ich hab dich noch... Ich hab dich noch... Ich hab dich noch... Ich hab dich noch erwinkt, so wie es weiß wurde! So! Der Schlangenschrei! Boah! Warne dir einen Weg durch diesen alten Schrein, um Zapata zu finden und zu besiegeln! Ich freu mich! I am amused! I am amused! I am amused! Ausgelegt! Come on! Ich brauche mir noch den freudigen Gesichterzug! Äh... Ich will dann so laufen, ja! Ich will dann so laufen, ja! Ach, das ist das mit... mir die Romer jetzt hier! Oooo! Ups! Ups! We, hallo! Was? Mal mit dem Kopf gegen die Wand! Nein! Ist tot! Ich werde uns retten! Jetzt ist hier ein Puss vor dem Weg gestorben! Nein! Das wäre schon gut! Ich werde uns retten! Oh! Ja! Drei Mal! Ja! Spät! Ich werde sterben! Nein! Ich habe es gut gemacht! Du hast hier viel drin! Ja! Ja! Ich werde einen weg! Jaa! Spung! 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 Jaa, ich hab den gegwarten! Ich hab den gegwarten schon mal in die Kamera! Ach so, schon, dass er nicht gegwarten hat! Okay! Ich hab einfach mal gegwarten links liegen lassen! Ah, ich hab's gewusst! Oh Gott! Nein! So hättest du mich wiederholen können! Nein! Nein! Ich bin irgendwo da oben! Ich weiß nicht genau wo! Ah hier! Ich bin nicht runtergefallen! Nicht runterfallen! Ja! Gleichspielerbereich! Hol mal das Ding erstmal! Hallo! Ja! 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 Oh Gott! Lauf! Justine! Oh Gott! Das ist kaputt. Scheiße. Hallo. Hallo. Sag mal, Junge. Ich hab genau den Rhythmus geholfen. Scheiße. Du musst. Du bist unsere einzige Rettung. Der hat grad meinen Blick sehen sollen. Mach langsam. Ich glaub unten lang am besten. Das war jung. Nicht hoch zu den Viechern. Das war mein Tod. Oh Gott. Ich lebe. Ich lebe. Komm. Komm. Halt dich fest. Ich glaub wir müssen hier hängen. Komm hoch. Warte ich komm erst zu dir. Oh. Oh. Komm. Los. Los. Ich bin verfreit. Yeah. Wir haben wieder uns. Wir haben alleine gefurte. Oh da jetzt mal. Was ist das hier? Zeigst du mir. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. beläge auf der Floor. Zur mo Erde steh. Ich würde sagen, jetzt wir mal abwechselnd.* Boah, ach egal. Oh ja es ist echt... Ich bin schwarz! mile Amber weit ist aus welcher Sinn, Ah, geschafft. Jetzt gehts aber weiter. Oh Gott. Ich bin schwarz. Ich bin echt braun. Scheiße. Alles gut. Ich glaube, das müssen wir mal annehmen. Ach, ich lebe noch. Ich habe mich gerade gar nicht mehr gesehen, weil ich so schwarz bin. Ja, ich habe jetzt noch. Bist du? Ich habe mich geopfert. Das Team. Intim. Irgendwas? Ah, irgendwie. Oh. Nimmst den Umweg. Ich warme auf dich. Komm auf, Bunga. Oh, jetzt kommt Auto vorn. Nein, 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 nein. Oh, du kennst den selbst. Komm auf die Klappe öffnen. Vielleicht ist da was drinne. Tote Menschen. Ja, guck mal, wir haben es geschafft hier. Kracher 100. Das ist gerade eins. Ich stehe mir nicht. Ruhig doggy doggy doggy. Ruhig doggy doggy doggy. Das ist schon fast nach. Ach doch. Ja dann, wenn keiner möchte. Oh, yeah. Ich gebe wieder Aster. Denk auf die Hose einnehmen. Hm. Lass mal nachdenken. Führer auf die Hose einnehmen. Geht jetzt mal. Hahaha. Also. Ich spiele sie. Ah ja, hier. War ich da da? Nee. Da rechts mit dem Auto. Da sind wir gerade links. Bei dem Kroko. Gewordene Bastelmaterialien. Schoko Kroko. Geil. Das ist jetzt das Slow Reiter Level. Ruhum bum 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 bum. Du dum dum dum. Reise in die große Stadt um Markts Mechanikling zu finden. Erstmal. Jemand da. Hahaha. Oh, wir sind aufs Gluck gekommen. Oh, oh, oh. Ich bin jetzt vorne. Nein. Nein. Das ist das Schild. Wie schön. Komm zurück. Warte, 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 warte. Ich mach das Schild und dann muss ich mit aufsteigen. Das Schild. Vor, doch. Vor, zurück. Ich bin durch. Ich bin doch nicht mal an die Kante gekommen. Deswegen wollte ich eine Maschung holen. Wenn sie nicht gegen bleiben könnten. Ja, das war das Schild. Ganz wichtig. Ja. Ja. Ja, da kommst du nicht ohne mich schon hin. Hol mich. Ich... Ich baue weiter, meine Unkel. Ich bin durch meine Ecke. Hast du es gesehen? Ich holen. Wir machen einfach mit Schwung voll über die Kante drüber. Neee. Jetzt müssen wir es nicht mehr zurück. Du hast mich zurückgelassen, man muss Opfer bringen, so los, jetzt fahre ich ja mit dem Dingel weg. Komm Auto, reise rückwärtsgang, so, komm raus, so, hier machen wir das, steh mal nämlich gleich rückwärts, da kannst du immer gleich sagen, das geht jetzt auch das Teil, ich hält mich mal in dem Typen fest, am Kopf von dem Typen. Boah, was ist am Sting! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö, Und hier hat man die Abrufe so bekommen. Das ist jetzt mit den ganzen Elektro-Dingern. Bounce! Guck mal, guckt einer. Bounce! Yeah! Hier guckt einer. Hey, jetzt fliegt! Großstallrohr hat er geholt. Bounce! 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 Da guckt ein geklappt aus. Das ist, dass wir uns beleuchtet hier. Ja! Bounce! 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 Guck mal, ich hab's geschafft hier hochzukommen ohne dich! Auto? Auto? Ach, sorry! Nee, ich hab voll auf dich geguckt und dachte, du warst drüber gefallen. Ich bin oben! Ich hol mal den Wagen. Boah, Fall runter, verdammt. Da müssen sie noch Sachen machen. Mit dem Wagen im Fest. Wir haben das Auto kaputt gemacht. Oh Gott. Oh, ich lass es bouncen. Hier, steig mal ein. Nee, hier, ich versuch. Nee, steig mal ein, ich lass es bouncen. Dann fährst du zurück. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Oh Gott. Ey, da bin ich nicht. Hab ich nicht geröstet? Das hat gebounced. Das macht mir gar nichts. Ich laufe im Hintergrund. Hallo? Oh, ich weiß gar nicht. Warte. Wie hörst du mir den Wagen verpacken hier? Ah, dann musst du zurück der Wagen. Oder? Ah, wo du los? Ich geh schon mal vor. Ich hab's nicht so gestorben. Natürlich. Da ist er. Ich bin geplatzt. Das war nur ein Gegenstand, ich hab ihn erreicht. Das ist falsch. Hast du noch einen neuen? Ja. Ja. Du hast ihn. Das blöd ist. Ja. Das war knapp, mein guter.